Musik Da ist nichts drin. Das sind so Schleifspuren auf dem Boden. Entweder wurde hier jemand lang geschleift oder es gab... Es gab vielleicht einfach auch eine Kneipenschlägerei. Oder jemand hat tierisch Bier-Schiss bekommen. Ne, die führen aber hier lang. Wo führen die denn hin? Gegen die Wand. Hm. Es gibt manchmal einfach keine Auflösung. Na gut. Wir haben jetzt nur noch... Ne, hier oben sind wir eigentlich fertig, oder? Das ging ja nicht wegen diesem KBD-Dingsbums. Ein DDK-System muss man erst einstellen. Das suchen wir jetzt hier gerade. Das heißt, Tür Nummer 1 wäre abgehakt. Wir gehen jetzt mal in Tür Nummer 2. Und zwar gehen wir jetzt unten... Einfach mal rechts in die Tür rein. Dann haben wir nämlich eine Seite schon mal komplett... Komplett untersucht. Und wahrscheinlich müssen wir in die linke Tür. Aber das macht ja nichts. Was sollen 10 Kamele dich jetzt jagen, Tobi? Ey. Sowas bespört man hier nicht rauf. Außerdem gibt es keine 10 Kamele. Es gibt nur 3. So. Nächste Tür. Oh Gott. Der Bildschirm geht gleich aus. Okay. Ei, 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 ei. Ach stimmt, von hier bin ich gekommen. Aber ich will mal abchecken, wo dieser Arsch hergekommen ist. Komm her, du Pixelfratze. Oh mein Gott. Ich habe keine Munition mehr und bin gleich tot. Nein. 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 Wie geht das denn? So. Ich blute auf jeden Fall auch, ne? Ja, komm. Okay, doch nicht. Ich muss hier weg. Ich bin, ich bin, ich bin, glaube ich tot, oder? Ach, komm schon, ey. Wo müssen wir denn jetzt anfangen wieder? Ich hoffe nicht, äh... Ah, ich habe ja noch Wiederbelebungsmedizin. Er hat seinen Bruder gerecht. Wer ist denn hier gerade eigentlich Team, Team Kamel? Chris Mix. Aber gut, er ist sowieso immer schlecht drauf. Da passt es schon. Hm. Ich will trotzdem jetzt erstmal hier durch. Aber die Munition scheint hier genauso rar zu sein, wie... Liebe Resident Evil. Ja, was soll ich machen? Ich brauche die jetzt mal hier. Schrotplinte. Aber vielleicht ist es auch Quatsch, da reinzugehen. Ja, wisst ihr was? Scheiß erstmal drauf. Wir sind alle Team Kamel. Oh, das ist aber verletzend gerade. Okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite von... Von der Seite, wo wir vorhin waren. Hat der Typ nicht gemeint, er gibt mir die ganzen Steuerungen hier frei? Er hat mir eine freigegeben. Eine einzige. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach hier zum Kamel und ich knall's einfach ab. Moment, was haben wir denn hier? Eingangsschlüssel wird benötigt. Ah, ja. Lass mich raten. Den finde ich hinter diesem Kamel. Ich hab keine Munition mehr. Also für gar nichts, scheinbar. Keine Munition. Da steht's ja sogar groß und... Ach Gott, ey. Fünf Schuss. Ey, fünf Schuss wird auf gar keinen Fall reichen. Ich muss rennen. Ich hab keine andere Möglichkeit. Auf geht's. Elegant. Oh mein Gott, du blödes Scheißvieh. Ich muss irgendwo einfach reingehen und da so tun, als wäre alles okay. Umkleideraum, jawohl. Wenn die jetzt auch durch die Tür durchgehen können, diese Penner raste ich aber aus. Ey, er klopft ja wirklich dagegen. Leckt mich doch am Arsch. Ja, wir haben die nächste Eingabe-Disk. H und H. Geil. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ja. Ja, ey. Dieser Scheißtisch war der einzige Sicherheitspunkt zwischen uns beiden. Und genau der ist jetzt weg. Okay, okay, okay. Wir müssen jetzt ordnen. Was heißt ordnen? Nichts. Ich hasse dieses Vieh so sehr, ey. Ich wünsche einfach, du kriegst Thermoriden von mir, ey. Hört ihr jetzt mal auf Kevin auf mich zu hetzen? Ich hab die zweite Karte bekommen. Das fällt mir jetzt gerade mal auf, so nebenbei. Ey. Ich krieg wirklich gleich echt Herpes von diesem Arschloch. Da bin ich aber hergekommen. Ich muss jetzt hier lang. So. Und jetzt muss ich nach oben. Kommt der hier auch durch? Wahrscheinlich nicht, ne? Der Raum ist nämlich zu krass für diesen Raptor. Ja. Geklärt. Nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte nach oben. In diese eine Tür rein. Ähm. Die sowas komisches von mir verlangt hat. Ich mein, da kann ich jetzt nämlich rein, weil ich jetzt zwei Karten hab. Und es stand vorhin da. Stecke die Schlüssel in zwei Türen. Also zwei ist auf jeden Fall schon mal eine gute Zahl, weil ich hab zwei Karten gefunden. Nichts ist zu krass für Kevin. Ey, Kevin kommt nicht hinterher, gerade wie du siehst. Kevin wird gerade von Oskar aufgehalten. Kevin wird gerade von Oskar aufgehalten. Ähm. Ich hab drei Kamele aufgezogen. Jens, Kevin und Tim. Du hast Jens, Mann. Nennst du deinen Kamel auch nicht Jens. Ich... Oh, jetzt blute ich aber. Blutstille. Hau dir mal einen rein. Wiederbelebung, Betäubung. Die Patronen. Ne, aber kann ich die nicht in die... Ey, fürs Schrotgewehr, das hab ich doch aber. Medizin hab ich auch noch. Ah ja, komm. Ich versteh die Funktion Ordnung, aber auch nicht. Ähm, nee. Aha. Jetzt hab ich die Munition drin. Okay. Fünf Schuss ist ja nicht allzu viel. Ist ein H zu lesen. Ja. Der DDK mit der richtigen Information wird benötigt, um das Schloss zu öffnen. Willst du das DDK benutzen? Ja, natürlich will ich das DDK benutzen. Was für eine dumme Frage. So, was haben wir jetzt gelernt? Lass jeden zweiten Buchstaben weg. Richtig? Das steht doch aber schon da unten, die Lösung. Das heißt, wir haben H, C. Wenn ich jeden zweiten Buchstaben weglasse, haben wir H. Das ist falsch. Ne, das stimmt sogar. Na ey, man müsste das Alphabet halt auch einfach können. G und I, oder? Ist das so richtig? Nicht richtig. Was? H, C, F. Oh, das ist doch H, C, F, G, I. Oder steht der Code wirklich einfach schon da drunter? Ne. Ne, oder? B, C. B, C. Das wäre aber zu krass. Ich glaube, genau die Buchstaben, die da unten stehen, soll ich weglassen. Kann das sein? B, C, F, G, I. Okay. Dann müssen wir genau die Buchstaben da unten einfach weglassen. Also, wir machen dann mal. H wie Hodor. Dann kommt erst wieder E. F bleibt weg. A kommt mit dazu. G bleibt weg. Und I bleibt weg. Und D. Hat. Ist zumindest schon mal ein Wort. Ha! Ja für Jens. Jens heißt aber kein Kamel, Mann. Sechs gegen einen, das schaffen wir. Okay, alle mal eins in den Feld, wer für Jens als Kamel ist. Und zwei, wer dafür ist, dass es eine Scheißidee ist. Ach, kommt schon, ey. Sehr gut, Lennox. Das ist doch der Doktor. Okay, jetzt erfahren wir eventuell, was hier passiert ist. Oh Gott, Kirk hat Scheiße gebaut. Soll. Scheint eine Steuerung zu sein, die ein elektronisches Schloss öffnen kann. Ähm. Wir hatten irgendwo das Problem mit einem elektronischen Schloss. Ich erinnere mich an irgendwas. Aber da liegt noch mehr Stuff rum. Ich will ja den guten Herr Doktor, ich sterbe direkt, nicht plündern, aber... Zwei Schlösser in einen Schlüssel eingesteckt werden können. Halt deine Fresse, was denn jetzt los? Was muss ich denn jetzt machen? Gegen den Kämpfen oder was? Verarscht mich doch nicht. Verarscht mich doch nicht. Was muss ich denn jetzt machen? Ey. Okay, das war schon mal nicht getroffen. Ich muss flüchten, aber da ist noch eine Karte. Ich will nicht flüchten. Was muss ich denn da jetzt machen, Leute? Steve, der Zebra-Elfe, hat mich gefressen. Ich muss ihn betäuben, kann das sein? Wiederbelebungsmedizin. Gut, er beißt dreimal ins Nichts. Beim vierten maht er mich, aber... Was muss ich denn jetzt bei diesem T-Rex machen? Ich schätze mal, ich muss den betäuben. Ich habe nicht umsonst so viel Betäubungskram bekommen. Kann ich das auch in die Schrotfl- Ja, guck mal eine an. Kann ich die aber auch in meine Pistole bringen, äh, einsetzen? Geht das? Naja, okay, das geht nicht. Das heißt, wir brauchen die Schrotflinte und müssen dann da die Betäubungspfeile M reinsetzen. Wäre jetzt mal eine Theorie, ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Ey, bevor ihr jetzt hier den Elefanten so extrem hyped, könnt ihr mal bitte jetzt einfach mir weiterhelfen, was ich jetzt machen muss. Tobi sagte doch, T-Rex kommt. Ja, aber du hast das ja schon sehr, sehr viel früher gesagt. Und genau jetzt hast du es nicht erwähnt. Ich bin gerade schon leicht erschrocken. Jetzt weiß ich ja, was die Leute damit meinen, als sie gesagt haben, dass die Szene mit dem Gigantosaurus aus Jurassic World Dominion so ein bisschen hiervon abgekapselt wurde. Das stimmt. Also kann ich den besiegen hier, den T-Rex, oder muss ich einfach nur flüchten? Aber die Karte brauche ich ja trotzdem noch. Ich versuche jetzt einfach mal direkt rauszugehen. Ja, das haben wir schon gehabt. Okay, und schnell, schnell. Das geht. Das stimmt aber irgendwas nicht. Ey, da sind noch zwei Objekte drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Lösung ist, dass ich jetzt hier einfach weg muss. Wir helfen nicht, wir sind so tiefs beleidigt. Ey, das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Jetzt reißt euch mal am Riemen gefälligst. Wie komme ich am T-Rex vorbei? Wir haben ja auch irgendwo eine Karte. Moment, 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 Moment. Scheiße, ist alles offen. Okay, hilft mir nicht. Da, warte, 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 warte. Warum sehe ich aber den Zielpunkt nicht auf der Karte? Die ist extrem unhilfreich. Die Karte ist genau wie ihr, Chad. Die hilft mir gerade einfach überhaupt nicht weiter. Ich war Steves Paten, Onkel. Steve lebt doch noch. Steve rennt doch irgendwo noch rum und will mich eh wieder töten. Jens war mein eigenes Kind. Ja, 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 ja. Hey, Servus, Nikos TV Twitch. Schön, dass du dabei bist. Vielleicht bist du ein bisschen produktiver als der Rest hier. Ey, ich könnte wetten, dass ich da eh wieder hin muss. Oder ich finde erst noch was, was ich brauche, um am T-Rex vorbeizukommen. Das kann natürlich auch der Fall sein. Hi, Servus, Eloi80. Willkommen in der grausamen Welt von Crysis. Ich wurde eben sehr brutal von einem Tyrannosaurus Rex gefressen. Wir haben hier unten eine riesige Tür. Nur mal so nebenbei. Da haben wir aber keinen Schlüssel dafür. Ein elektronisches Schloss kann damit geöffnet werden. Ah, hier ist der Raptor noch drin, gell? Ui, Patronen für den Raptor verschwenden. Moment, ich habe da aber noch die Betäubungspfeile drin. Ja, das ist aber dumm. Ja, die Pistole habe ich ja nichts mehr dafür. Ach komm, dieses Menü ist so bescheuert. Nein, ich brauche das Schrotgewehr. Das ist schon richtig so. Aber ich brauche die Schrotgewehr-Patronen. Fünf Stück sollten doch reichen, um dieses Vieh jetzt wegzuknallen. Also Leute, da ihr mir jetzt nicht geholfen habt, werde ich jetzt leider Folgendes machen müssen. Ich werde jetzt zurückgehen müssen und werde Jens oder Kevin erlösen müssen. Es tut mir wirklich leid, wir kommen daran nicht vorbei. Es kann ein unnötiger Tod sein, das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich glaube, ich muss da lang. Und Kevin steht mir im Weg. So. Oh, da ist er schon. Ey, die Pumpgun ist aber auch extrem kacke. Also, die Waffen in dem Spiel sind ja wirklich nicht ganz so geil, ne? Verreck jetzt, du dämlicher... Oh Gott. Habe ich jetzt ernsthaft fünf Schuss? Der lebt immer noch. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Los, Kevin. Ey, ich versuche hier gerade zu überleben, bitte. Könnte mal irgendeiner von euch auf meiner Seite sein? Ich habe nichts mehr zum Heilen. Ach, du heilige Scheiße. Eventuell ist das jetzt mein Ende. Nein, das ist ein schlimmer Tag für mich, nicht für die Kamele. Das wäre jetzt mein dritter Tod in dieser einen Runde. Und ich erfahre einfach kein Mitleid von euch. Kevin ist mein zweiter Sohn. Ja, das tut mir auch wirklich leid. Aber ich bin hier auch nicht der Aggressator gerade, ne? Das ist da euer Sohn, Ziehsohn, Neffe, Tochter, wie auch immer. Vielleicht wird in der neuen Jurassic World Serie Sidneys Arm von einem Kamel abgerissen. Vielleicht ist Sidney auch einfach ein Kamel. Weiß man ja nicht. Okay. Ja. Um Gottes Willen, ich habe es geschafft. Er lebt einfach immer noch. Ne, er lebt nicht mehr. Das war's. Das war jetzt... Deswegen habe ich das alles gemacht. Wenn ich blute. Ey, ich muss zu diesem scheiß T-Rex. Ich sehe es doch schon wieder kommen. Nichts Nützliches. Ich brauche irgendwas, was mir hilft, dass ich jetzt nicht draufgehe. Ich habe aber nichts da, ne? Ich habe alles... Ja, Betäubung habe ich noch da. Was kann ich denn damit betäuben? Mich selbst vielleicht. Ach, wartet mal. Ich habe gerade so ein kleines bisschen Idee. Wenn ich Betäubung mixe mit Pfeilen. Aha. Betäubung mit einem Treffer. Ich hätte Kevin nicht mal töten müssen. Naja. Passiert ist passiert, ne? Wir können die Vergangenheit nicht zurückdrehen. Und ich will noch mehr davon haben. Ich kann nicht noch mehr davon haben. Warum nicht? Weil ich die drei Pfeile schon voll habe. Okay. Jetzt hör auf zu bluten. Komm schon. Okay. Zurück zum T-Rex. Gibt es stark angeschlagen? Oder gibt es hier noch irgendwie Energie oder so? Ne, ich habe ja alles schon mitgenommen. Ne, hier gibt es auch nichts mehr. Halt, 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 halt. Moment. Was haben wir denn? Aha. Oh. Noch ein Schlüssel. Ey, ey, ey. Jetzt habe ich zwei Stück. Das ist schön. Und hier gibt es mit Sicherheit verschlossen. Funktioniert nicht. Ach, komm schon. Ich brauche doch nur irgendwo Energie. Irgendwo muss ich Energie herbekommen. Speichern. Ja. Halt. Nein. Auf Platz zwei. Wenn ich jetzt gespeichert hätte und ich sterbe direkt danach, hätte ich einfach voll gelitten. Gott wäre das scheiße gewesen. Ich habe jetzt kein Mitleid mehr. Aber warum denn nicht? Mann, ich mache überhaupt nichts. Ich versuche einfach nur zu überleben. Ach, Moment. Moment. Der Schacht. Ich weiß, ich versuche einfach gerade wirklich krampfhaft dem T-Rex zu umgehen. Aber ich wette, das geht im Endeffekt nicht. Ich bin hier ins erste Loch reingehüpft. Toiletten. Mit dem zweiten rausgekommen. Ich muss zu diesem scheiß T-Rex. Ah. Aber ich will nicht. Was machen wir denn jetzt? Switchen. Ich habe kein... Das ist doch wirklich nicht gut. Sein Name ist Bull vom T-Rex. Ja, aber Bull ist trotzdem ein Arsch. Ich... Okay, ich meine, ich habe ja eben gerade gespeichert. Wenn das Spiel fair ist, würde ich, wenn ich jetzt sterben sollte, auch ohne dass ich blute, wiederbelebt werden, macht das irgendwie Sinn, dass ich mit voller Energie wiederbelebt werde. Ich gehe jetzt einfach mal zu Bull. Und gucke, was die Betäubungspfeile gegen ihn ausrichten können. Ich habe ja scheinbar drei Versuche gehabt, ne? Also er hat dreimal daneben gebissen. Beim vierten Mal war ich dann erst Käse gewesen. Okay, ich blute immer noch, aber nicht mehr ganz so stark. Dann lasst uns doch gerade mal die Schrotflinte nehmen. Und die Pfeile als Munition. Okay. Ob das so funktioniert, ich weiß es ja nicht. Da ist... Da ist Energie, oder was ist das? Ich muss da hin. Ich muss da hin. Nein, das ist nur Munition. Ah, Mann, no, ey. Streugeschosse. Ich weiß es ja nicht. Ja, das ist nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Untertitelung des ZDF, 2020